Herzlich Willkommen zurück zu meiner Let's Play Mike war weiterhin mit Jan. Wie ist das? So, ich finde dich nicht. Ich bin hier wohl runtergelaufen. Ich komm gleich wieder. Na gut. Ich werde bald wieder kommen. Ich muss gerade was essen. Trinken wollte ich gerade sagen, Alter. Geht das wohl schon? Ne, glaube ich nicht, ne? Wasser, iiii. Wär eigentlich auch noch ein cooles Gimmick, wenn er das einbauen würde. Ja. Aber dass das nicht ganz so schnell leer geht, was weiß ich. Muss er halt ne Flasche einfüllen. Oh, fuck, hat nie los. Oh, ich weiß wo du bist. Das konnte man nicht überhören. Sagt er sowas nicht. Machen wir noch ein bisschen Eisen abbauen hier. Ne? Oh, ich hab Eisen. 42 Eisen. Hast du schon. 41. Aua! Sniper! Ja, Leute. Wir haben uns entschieden, wir werden heute mal... Was denn da? Ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie Wasser oder so. Wann kann man eigentlich mit Erde Lava aufhalten? Ey, Lapis? Ist aber schon so tief? Jo, wir sind schon 13. So, wo ich bin. Ja. Lass mal Wasser abstellen hier. Mervt. Und Redstone. Das, was jeder so gerne macht. Ja, Redstone, finde ich, ist immer ein bisschen übertrieben. Und wenn du es dringend brauchst, findest du gar nichts. Also das ist so bei Redstone ganz komisch. Wenn du es nicht brauchst, findest du es so viel, dass du es irgendwann nicht mehr mitnimmst. Ertragen kannst. Aber wenn du es dringend brauchst, dann findest du... Alter, wir wollten eigentlich weiterlaufen, ne? Und hier nicht bei uns in der Gegend vom Haus bleiben. Oh, egal. So, ich hab ne Fledermaus gewonnen hättet. Wollten ja eigentlich auch in den Neta gehen, aber das ist eh... War das mal? Oh, was? Oh, hallo zusammen. Na gut, Neta ist ja für heute noch nicht abgespeist. So. Nur, vielleicht finden wir ja mehr Pfeile unterwegs. Oder Federn oder... Und ein bisschen, äh... Feuersteine und dann könnten wir uns ja auch noch ein paar... Äh... Pfeile bauen, ne? Ja. Also in dem Sinne... Ja, gehen müssen wir sowieso noch in Neta. Wenn wir unsere Hütte eigentlich fertig kriegen wollen, müssen wir in Neta. Da wird uns wohl keine andere Möglichkeit bleiben. Oh, was ist hier denn? Jan, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich hab Code 35, ja. Ich find dich auch nicht wieder. Weil überall, wo ich langlaufe, geht's nicht weiter. Ja, Code 35, Mine. Ey, so mit... Oh, ne Hexe! Fick dich! Geh kacken! Ey, ne, ne, du willst dir gar nix, ey. Ich schätze, dass er hier runtergegangen ist, Leute. Ich schätze, dass er hier runtergegangen ist, Leute. Ich habe vielleicht Lust, irgendwie zu mir zu kommen. Vielleicht sehe ich dich, warte. Komm ich mal ein. Bist du irgendwie durch Wasser geschwommen? Äh... Nicht direkt. Ich geh gerade ganz tief runter, so ein Gang. Ich geh nicht. Hier ist Lava. Äh... Hier steht ne... Flackel. Hast du ne Flackel geplant? Warte, ich seh dich! Ich stehe. Siehst du mich immer? Warte. Ja. Ich hoffe, ich furtel jetzt nicht in die Richtung, wo die ganzen... Bisser sind. Ah, ich seh dich auch. Ja. Ich sehe, wie ich hinkomme. Ja, ich bin hier unten. Pass auf, da ist Lava, ne? Ich hab grad die Hexe gehört. Ja. Oh, Bert. Hier bin ich. Hallo? Ja. Pass auf. Soll ich hochkommen? Ja, ich bau dir hier mal ein bisschen, äh... Bopple hin. Oder... Ja. Oh, dieses mit dieser Scheiß-Fackelblenden dann, ne? Ja, das ist irgendwie komisch. Guten Tag. Guten Tag. So, dann geht's weiter, würde ich sagen. Hm? Hm? Und hier hinter ist Mine und, äh, Hexe. Ja, dann lass doch die Hexe down machen. Und... Oh, jetzt hab ich dich geschlagen. Du bist dran. Gib hier. Jetzt ich. Oh. 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 Ich auch. Gut. Du musst ja warten, bis das weg ist. Ah, es... Es... Es voll essen. So. Aber... Ich verliere auch keine Leben. Wenn ich jetzt auch nicht mehr seit, wo ich voll vergessen bin. Da hab ich grad mal ein halbes weg. Jetzt ein ganzes. Oh. Jetzt hab ich nur noch dreieinhalb Herze. Jetzt hab ich nur noch drei Herze. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab nur noch anderthalb Herze. Ja, du lebst aber... Du bleibst weg. Ich hab noch... Oh, Alter. Ein halbes Herz. Auch wenn du jetzt länger gehabt hättest, bei einem halben Herz bleibst du immer stehen. Echt? Ja. Das ist schon mies, ne? Oh, Alter. Jetzt tickt's weiter. Ich bin immer noch vergiftet. Hast jemand leckeres gegessen? Ah, jetzt. Na, jetzt ist es erst rot geworden. Wie du halt gesagt hast. Das bleibt beim halben Herz stehen. Oh, fuck. Da hinten ist überall Eisen, Jan, ne? Hier bei mir. Wir müssen erstmal hier Spinspawner kaputt machen hier. Was ist denn Spinspawner? Kaputt. Da ist noch ein Mini-Spider-Giftspinne. Fick dich. Wir kacken. Oh, ja. Das ist Marakt. So, erstmal hier alles abbauen. Gold brauchen wir auch. Ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Die brauchst du für... Bei den MWC... Ach ja, zum tauschen. Stimmt ja. Lippe Latios müssen wir uns ja mitnehmen. Lippi, Lippi, Lippi. Oh. Bisschen Lapis. Bisschen Lapis. Du geile Lapis-Saudor. Hä? Gibt's noch was? Guten Tag. Böööö? Was für mich? Jetzt hab ich grad gedacht, hier wäre einer... Wir wären im falschen Channel. Wenn du so... Guten Tag! Kreativ. Ja, voll gut hier mit der Mine. Oh, hier ist noch ein Smarakt. Ey, wie findet man denn so schnell hier Smarakt? Eigentlich nicht mal total selten, oder? Ich bringe ja kein Leben irgendwie dazu. Ach. Ich sollte mich voll essen, ne? Wollte man machen, ja. Die Fäden können wir auch gut gebrauchen, ne? Für unsere Tischtennisplatte. Ja. Vielleicht wollen wir nochmal eine größere bauen, oder so. Genau. Ja, draußen, oder so. So ein Freizeitpark wie in GTA. Ja. Fußballstadion. Ja, voll... Aha! Das wär mal episch, Alter! Habe ich einmal gemacht, aber das war halt nicht so raus. Aber möglich. So was mit drei Leuten wär das möglich. Ja, klar wär das möglich. Das heißt ja nicht, dass die Leute jetzt denken, ja Klaus ist jetzt heute nicht dabei und das war's. Nein, nein, nein. Eigentlich kommt Klaus schon wieder, also... Klaus hat wahrscheinlich, äh... Es vergessen, dass wir aufnehmen wollten. Mehr, denke ich nicht. Oh. Weil... Geht's noch weiter? Äh, Jan? Ja? Kann ich erstmal hier einen Eingang machen, irgendwie so? Weil... Die sind überall... Ich weiß, ich bin in den alten Gang eigentlich. Genau. Aber guck mal, was hier alles noch ist. Das war erstmal ein Abarbeiten irgendwie. Bei uns Maragnen. Und Lapis. Und Kiste. Äh, guck mal in die Kiste, Alter. Ja, ich seh's schon. Echt jetzt? Ich nehm mir die Fackeln mit, weil ich hab kaum welche, ne? Und das Brot. Da kann man sich eigentlich auch mitnehmen, ne? Die Schienen und so brauchen wir nicht, ne? Doch, mit, ne? Echt? Schienen? Ja, sicher. Wofür? Ja. Kannst du ja erst fünf Stacks aber mitnehmen. Noch ne Kiste. Mit Eisen also. Na gut, erstmal können wir alles mitnehmen. Aber ja, wenn ich lieber Eisen nachher finde, dann nehm ich lieber das mit, Jan. Weil ich geh jetzt nicht nach ner halben Stunde oder was hier wieder raus. Jetzt ist erstmal hier richtig schöne Farme Marame mal, Leute, ne? Farme, Marame. Ja, weil wir haben das Problem, wir haben uns jetzt Rüstung genäht. Habt ihr ja gesehen. Und jetzt ist auch in dem Sinne unser Eisen leer. Ne? Und ich hab jetzt 55 Eisen. Das ist ja ein feuchter Käse, wenn du's so nimmst, Jan. Ja. Äh, hier. Warte mal. Ich schmeiß hier mal ins Maragd hin, weil du ja schon einen hast. Oder welcher hast? Was machen wir? Gehen wir unten hin? Da geht's auch noch weiter, die Mine. So wie's aussieht. Oder gehen wir hier lang? Oder wir gehen zurück, wo ich gerade war. Hm, gute Frage. Komm, wir gehen zurück. Oder gehen wir jetzt mal hier rechts rum. Hier. Oh! Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Ja, ist das Gold? Bei mir ist das Eisen. Oder? Ne, ist Gold. Oh! Hier ist lustig, hier gehen wir mal weiter. Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, 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 Kohle! Kohle, Holz, Kohle? Können wir nicht Kohleblöcke herstellen? Äh, doch. Wenn man zu viel Kohle jetzt bei sich hat? Ja, guck mal hier, warte. Ich hab hier extra dran gedacht. Dann muss man Kohle überall einmal einen hinpacken. Echt? Ja. So komplett mal 3x3 rausfüllen. Das sieht aber ziemlich komisch aus, der Kohleblock. Hehe. Okay. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Mach ich das jetzt? Der schwarzer, ne? Ja, machen wir später. Ich nehm die Bank mit. So. Jetzt kann ich mal grad mein Brot fressen. Mach ich nämlich schon wieder einen Platz frei. Okay. Geht's da weiter? So. Okay. Was hast du da gefunden? Eisen. Oh. Eisen, Eisen, Eisen! Eisen, Eisen, Eisen! Eisen, Eisen, Eisen! Ich soll ja zurückgehen, ne? Hier ist nichts mehr. Ja, hier ist nichts mehr. Dann haben wir wenigstens den Gang abgehakt. So. Oh. Ich hab hier... Warte, ich mach raus. So. Lava ist abgestellt. Zumindest hier hinten bei mir die. Die muss bei dir da noch abstellen. Genau. Keule, 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 Keule. Oh jetzt kannst du das machen gern. Oh guck mal hier hat einer Eisen liegen gelassen von uns. Ey manche mit. Machen aber so. Verlaut gerade wieder. Köhle, Kohle, Kohle, Keule, 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 Keule. so ist denn hier kriegen wir denn dadurch weniger sparen dadurch platz ein wenn wir unterwegs sind wenn man die kohle zusammen braucht ja also zu sagen 64 kohle so hast als das halt durch neue kasse kann 16 blöcke oder so stimmt man alle 64 ernehmend das sind ja neun ne neun plätze für einen in dem sinne stimmt hier schon jetzt ich verliere so schnell essen wahrscheinlich weil ich nicht volles leben habe was soll ich gucken dass du brenn eigentlich stand ich da gerade drinnen habe gebrannt aber mir wurde kein leben abgestimmt dann hat es geleckt dann hat es auf einmal aber eigentlich nicht aber bei mir verschwindet auch nicht die blöcke oder so zu spät vielleicht war es jetzt gerade einmal hattest du vielleicht auch einen kann ja auch sein so das kann ich mal wegschmeißen wer braucht denn diese scheiße jetzt habe ich die kacke natürlich wieder aufgehoben und hier geht es noch tiefer weiter ich sehe schon kommen wir sind in der minu und ich werde gleich level 30 ich habe jetzt schon wieder para hier holen ja was uns fällt sind die ja unter den und letzte pickaxe ich hätte man auch schon alter voller lavasee hier unten aber so richtig klar auf der see aber hoch würde ich sagen eigentlich sollte man da unten jetzt nix mehr gar nichts hier bei dir auch nicht da ist nur ein lavasee riesenroß ein bisschen jump und run hier warte ich mach es nicht oh man hört deine ooooh rogemann und söhne das war es ich hatte nur ein fall jan wusste dass da unten wasser ist alter du weißt schon was da unten los ist ich komme wenn die sache erledigt ist er wird starren jener von einem er noch gar nicht zu einem starren nur jetzt um in der morgen ich weiß gar nicht was das ist ich auch nicht kenne ich nicht. Nie gesehen. Oh, deine Vögel, Junge. Was ist denn bei euch draußen los? Ja, wir haben halt Natur draußen, hm? Ja, wir auch. In meiner Unterhose. Kommt zwischendurch von dem Traum. Nein. Mich stört das nicht. Hier hört man auch nur zwischendurch, wenn sie richtig laut meckern. Aber das ist halt so wie bei uns im Wohnzimmer, ne? Wenn die Wellen sind, die hier voll durchdrehen. Die haben ja keine Vögel. Das sind ja die von draußen. Oh, jetzt gerade. Was ganz so viel. Boah, Alter, ist hier viel, ne? Ja. Was für ein geiler Lava-Penis, Alter. So, lassen wir das. Liebe Lava-Penisse. Oh, dein großes Maul, ja? Mein Penis ist so groß, dass ich Hula-Hoop-Reifen als Cockring brauche. Brauchen wir uns hoch oder gehen wir weiter? Du Scheiße, das ist Kack-Fackel, Alter. Ja, du musst die Fackel aushanden nehmen, sonst geht's nicht. Sag mal hier, oh. Äh, Alter. Ja. Mal geht das, aber dann mal geht es wieder nicht und irgendwie komisch manchmal. Ich hab ja letztes Mal auch gedacht, mit Shift würde das funktionieren, aber kurz Mielekraft umschreiben, warte. Oh, jetzt geht's. Oh, pass auf. Cock, 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 Cock. Oh. Jawohl. Oh, Wasser, cool. Kohle, 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 Kohle. So, und das haben wir auch. Das auch. Ich hab schon einen Stack und 15. Ich hab einen Stack und 24. Ist aber trotzdem noch nicht viel, Jan. Also, wir haben letztes Mal vier Stacks gehabt, glaub ich, ne? Ja, du hast gesagt, bis 500. Ich hab Eisbauer gemacht. Ja, wir sind durch hier, ne? Ich bin mal gerne wieder in so eine Mine. Irgendwie ist das alles so ein bisschen Babyhaft gerade, findest du nicht so? Da hinten war ja noch die Mine. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. Warte mal gerade, Jan. Ah, ja. Ah, so. Einen schönen fetten Schluck Pipi genommen. Ach, das ist befreit. Geist und Seele. Vielleicht deine Nerven auf der Zunge, aber sonst. Ich trinke jeden Tag Pipi, du nicht? Ja, ich muss Geld sparen, ja. Bittiger, sparsamer Typ. Ja, neuen Grafikerin sind bestellt. Jetzt kann ich nur noch Pipi trinken. Ja, so, in der McDonalds. Kein Geld. Kein Geld. Neue Grafikerin bestellt. Neue Grafikerin bestellt. Bist du, wenn ich das jetzt esse? Weiß deine Scheiße. Sind auch Würstchen, schmecken auch gut. Wo wollen wir hier? Achso. Geht zu hoch. Also, was würde ich niemals machen? Keine Ahnung. Klar habe ich die schon bestellt. Also, das ist jetzt auch nicht weit weg geholt. Aber, dass ich mir da nichts mehr zu essen kaufen könnte oder so, nein. Sind die Standard-Basingen bestellt oder so? Ja. Nein. Ah. Man hätte schon Custom-Designs kaufen? Vorbestellen, ja. Also, ich habe die Händler angeschrieben. Weil ich ja mit Wasserkühlung haben will, wieder. Watercooled? Genau. Sonst funktioniert das in meinem System nicht. Luftkühlung? Boah, scheiße, Alter. Nur flüssiger Stickstoff hier. Ja, zu laut ist eigentlich Bullshit, Alter. Heute ist nichts mehr laut. Ja, wenn man früh eine Grafikkarte, Alter, wenn die hochgedrückt hat... Ich kenne das noch. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja, und da ist mein Vater rübergekommen und hat gesagt, mach mal deinen Rechner leise, Alter. Ich kann nicht schlafen. Ja, heute... Keine Ahnung. Du musst ja mal überlegen, wie du halt sagst. Dein Rechner läuft und du liegst daneben und schläfst. Ja. Ne? Also, das ist ja eigentlich... Zu meiner Zeit war das gar nicht zu denken, zu meiner Jugend. Nur, das Ding hat dich angebrüllt, wenn du da richtig Leistung rausgeholt hast. Das war nicht mehr schön. So wie beim Auto. Ja, es gab aber... Es gab ja halt auch eine Zeit, wo du... Ähm... Nichts von... Die ersten, die so angefangen sind, früher gute Lüfter zu bauen, war zum Beispiel Zalm. Ganz früher. Nicht, wenn jetzt Leute denken, die bauen heute immer noch gute Lüfter. Aber sind halt nicht unbedingt... Äh... Darf man ja auch nicht vergessen. Hier, äh... Creeper und Zombie. Bumm, erledigt. Wann überlebt der Zombie und Creeper? Äh... Hau dir Rüstung an. Hau dir Rüstung an, okay. Ja, wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten. Wir können gleich mal in dem nächsten Video, wenn wir da mal drauf eingehen, auf die neuen Grafikkarten. Und was wir da allgemein von halten, könnten wir ja eigentlich mal machen, Jan, oder? Können wir machen. Können wir machen. Können wir dann mal durchkommen. Wir sagen auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ne? Tschüssi. Tschüssi.